Liebe Belegschaft, liebe Kolleginnen und Kollegen, ihr schönen und lieben Menschen da draußen, Hi Mädels! Ein erfolgreiches Jahr 2024 geht zu Ende. Puh, was für ein Jahr Leute. Ein Jahr out of the books. Ein toughes Jahr. Und ich möchte dieses Jahr nochmal nutzen, um gemeinsam auf das Positive zurückzublicken. Ohne euch hätten wir das nie geschafft. Deshalb konnten wir die Zufriedenheit unserer Kunden weiter steigern und wertvolle neue Partnerschaften aufbauen. Nun blicken wir gemeinsam nach vorn. Das Jahr 2025. Da erwarten wir uns neue Aufgaben, denen wir voller Zuversicht entgegensehen. Auf jeden Fall bleibt mir nur im Namen unserer Firma, Ihnen eine wunderschöne Weihnachtszeit zu wünschen. Und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Herzlichen Dank. Cut! Wahnsinn! Es ist eigentlich so spannend, wie einfach man durch Wertschätzung bei Mitarbeitern und Kollegen was bewegen kann. Ja, auf jeden Fall. Ich finde besonders um diese Zeit lässt sich mit kurzen, prägnanten Videobotschaften die Dankbarkeit an deine Mitarbeiter perfekt ausdrücken. Absolut! Und das Ganze ist auch wirklich ideal, um sich auf persönliche Art und Weise von seinen Geschäftspartnern aus dem Jahr zu verabschieden. Es klingt so simpel, aber wenn man es dann wirklich umsetzt, merkt man, dass es was ganz Persönliches ist. Und mit etwas Humor bleibt der Effekt dann sogar noch hängen. Kurz gesagt, eine einfache, persönliche und kostengünstige Möglichkeit, nochmal allen Danke zu sagen. Bis zum nächsten Mal.